In früheren Videos wurden IP-Präfixe und Subnetze eingeführt. Wenn man nun einen IP-Präfix zugewiesen bekommen hat, dann möchte man diesen Präfix eventuell aufteilen und an verschiedene Abteilungen oder für verschiedene Zwecke nutzen. Dieses Aufteilen von Präfixen wird auch als Subnetting bezeichnet und zwei Strategien dazu werden in diesem Video erläutert. Der Ausgangspunkt ist also ein IP-Präfix. Ein Präfix kann dabei von einem Internet-Provider zugewiesen werden oder durch eine Regional Internet Registry, wie zum Beispiel die RIPE-NCC, die unter anderem für Europa diese Aufgabe übernimmt. Die wohl einfachste Art, einen Präfix aufzuteilen, ist es, eine Anzahl gleichgroßer Subnetze zu bilden. Die Anzahl der Subnetze ist dabei immer eine Zweierpotenz, also 2, 4, 8 und so weiter. Diese Art des Subnetting wird auch als Fixed-Length-Subnet-Maß bezeichnet. Hier unten nochmal ein paar Beispiele für die Anzahl der nutzbaren Adressen innerhalb von Adressbereichen unterschiedlicher Präfixlängen. Während in einem Slash 8 noch über 16 Millionen Adressen zur Verfügung stehen, sind dies bei einem Slash 24 nur noch 254. Vor einer Aufteilung müssen daher die Anforderungen bekannt sein, damit Subnetze sinnvoller Größe entstehen. Auch hier nochmal zur Erinnerung, wie ein IP-Präfix aufgebaut ist und welche Adressen für End-Hosts nutzbar sind. Der Beispielpräfix hier ist die 192.0.2.0.0.24, das heißt die ersten 24 Bit entsprechen dem Netzteil und die Organisation, der dieser Präfix zugewiesen wurde, darf über die verbleibenden 8 Bit beliebig bestimmen. Diese sind hier in Fett und im farbigen Rechteck dargestellt. Die Adresse, bei der der Host-Teil komplett aus Nullen besteht, darf dabei nicht an End-Hosts vergeben werden, denn diese repräsentiert das Netz selbst. Am anderen Ende des Spektrums steht die Adresse, die im Host-Teil nur Einsen hat. Diese darf ebenfalls nicht von einem End-Host verwendet werden, da es sich hier um eine Broadcast-Adresse handelt. So ergeben sich die 254 Adressen, die von Hosts und Routern genutzt werden dürfen. Gehen wir das Fixed-Length-Subnet-Maß-Verfahren einmal an diesem Beispiel durch. Zunächst teilen wir das Subnetz in zwei Teile, das heißt aus einem Slash24 mit 256 möglichen Adressen werden zwei Slash25 mit jeweils 128 möglichen Adressen. Dabei übernimmt der erste gebildete Slash25 die 0 als letzte Stelle des Netzteils und der zweite Slash25 übernimmt die 1 als letzte Stelle des Netzteils. Damit ist der obere Präfix die 192.0.2.0.0.25 und der untere die 192.0.2.128.25. Auch hier gilt wieder, obwohl es 128 mögliche Adressen gibt, sind die Adressen mit allen Host-Bits gleich 0 und gleich 1 besonders und dürfen nicht als Host-Adressen verwendet werden, denn sie repräsentieren das Subnetz selbst bzw. eine Broadcast-Adresse. Damit bleiben 126 mögliche Adressen, die vergeben werden können. Sollten weitere Subnetze benötigt werden, dann wird dieses Verfahren einfach fortgesetzt. Aus dem oberen Präfix werden wieder zwei neue Präfixe, wobei der obere wieder die 0 als letzte Stelle im Netzteil übernimmt und der untere die 1. Damit wird aus dem oberen Präfix die 192.0.2.0.266 und aus dem unteren die 192.0.2.0.264.26. Das gleiche lässt sich natürlich auch mit dem unteren Präfix machen. Einer erbt die 0 als letzte Stelle, der andere die 1. und so entstehen die Präfixe 192.0.2.0.28.0.266 und 192.0.2.0.2.0.266. Zwei Dinge werden durch dieses Aufteilen deutlich. Zum einen gibt es einen gewissen Adressverlust, denn in jedem gebildeten Präfix muss die Adresse für das Subnetz selbst und die Broadcast-Adresse reserviert werden. Im Original-Slash24 waren damit zwei Adressen nicht für die Verteilung an Hosts nutzbar. Bei den 4-Slash26 sind dies insgesamt schon acht. Das zweite, das auffällt, ist, dass man bei diesem Verfahren zunächst nur wissen muss, wie viele Subnetze benötigt werden. Dann muss man zunächst in Zweierpotenz aufrunden und eine Anzahl an Bits dem Netzteil hinzufügen, die dem Exponenten entspricht. Diese Bits müssen dann jede mögliche Binärzahl repräsentieren, um alle Präfixe zu erhalten. Nehmen wir dieses Beispiel und die Annahme, dass wir drei Subnetze brauchen. Die nächste Zweierpotenz ist 4, das entspricht 2 hoch 2. Aus dem Slash24 müssen daher 4 Slash26 werden. Die zwei Extra-Bits müssen die Werte 00, 01, 10 und 11 bekommen und alle Subnetze sind damit gebildet. Wenn wir das Beispiel von eben etwas konkretisieren, dann nehmen wir nun drei Abteilungen an, die einen Adressbedarf von 50, 25 und 10 Adressen haben. Bei drei Abteilungen, hatten wir schon gesagt, müssen wir vier Subnetze bilden und aus unserem Slash24 werden 4 Slash26. Ein Slash26 stellt insgesamt 64 Adressen bereit, wovon 62 nutzbar sind. Wenn wir nun die Adressbereiche auf unserer Abteilung aufteilen, dann zeigt sich folgendes Bild. Abteilung A benutzt ca. 80% der Adressen, Abteilung B ca. 40% und Abteilung C nur ca. 16% der zugeteilten Adressen und ein ganzer Slash26 bleibt als Reserve übrig. Hier zeigt sich ein Problem, denn die Adressverschwendung ist hier relativ hoch, denn obwohl Adressen zugewiesen wurden, werden diese nicht genutzt. Verschwendung ist hier vielleicht der falsche Begriff, denn der Bedarf an sich über die Zeit kann sich natürlich noch verändern, aber eine zu diesem Zeitpunkt effektive Nutzung sieht anders aus. Außerdem wäre es hier nicht möglich, einer Abteilung z.B. 100 Adressen in einem einzigen Subnet zur Verfügung zu stellen, auch wenn ausreichend Adressen vorhanden sind. Ein besseres Verfahren zur Aufteilung eines Subnetzes ist daher das Variable Length Subnetmaßverfahren. Anstelle einer strikten und unflexiblen Aufteilung des Adressraums in gleich große Teile wird hier bedarfsgerecht aufgeteilt. Dazu werden drei Schritte durchlaufen. Zunächst wird ermittelt, wie groß das kleinstmögliche Subnetz sein muss, um die Anforderungen zu erfüllen. Im Beispiel zuvor hätte der Abteilung C, die nur 10 Adressen benötigt, ein einfacher Slash28 gereicht, aus dem 14 Adressen an Hosts verteilt werden können. Als zweiter Schritt werden diese Subnetze nach Größe sortiert, angefangen mit dem größten Subnetz. Dann, ganz zum Schluss, wird angefangen, die Subnetze zu bilden. Dabei wird so lange aufgeteilt, bis ein Subnetz passender Größe gefunden wird. Das Resultat ist eine auf den Bedarf angepasste Aufteilung des Subnetzes. Als Ausgangspunkt nehmen wir eine leicht abgewandelte Variante des vorherigen Beispiels, bei dem Abteilung A nun doppelt so viele Adressen benötigt, also 100 anstatt 50. Der aufzuteilende Präfix bleibt aber der gleiche. Im ersten Schritt werden die minimalen Subnetzgrößen gesucht, die den Bedarf jeweils decken. Das sind für 100 Adressen ein Slash25, der insgesamt 126 nutzbare Adressen beinhaltet, ein Slash27 für Abteilung B, die damit 30 nutzbare Adressen zur Verfügung hat, und zu guter Letzt ein Slash28 mit 14 Adressen bei einem Bedarf von 10 durch Abteilung C. Diese sind in dieser Reihenfolge schon richtig sortiert und wenn man sich die Nutzung des zugewiesenen Adressbereichs anschaut, dann sieht das mit 70 bis 80 Prozent schon viel besser aus als noch eben. Die Herangehensweise im letzten Schritt unterscheidet sich nun in der Tat nicht dramatisch von der Aufteilung in Subnetze fixer Größe. Zunächst wird ein Subnetz für den größten Adressbereich gesucht. Dazu wird der Slash24 wie schon zuvor in 2 Slash25 aufgeteilt. Für unser Beispiel ist damit schon das erste Subnetz gefunden, denn Abteilung A benötigt genau einen solchen. Der verbleibende Slash25 wird weiter in 2 Slash26 aufgeteilt. Für beide verbleibende Abteilungen ist dieser Präfix noch zu groß, also wird einer der beiden weiter aufgeteilt. Es entstehen daraus 2 Slash27, wovon der obere Abteilung B zugewiesen wird. Der untere wird wieder aufgeteilt und davon wird der obere Slash28 an Abteilung C abgetreten. Das Aufteilen hier geschieht analog zur vorherigen Vorgehensweise, wobei der Netzteil jeweils um ein Bit wächst und ein Subnetz die 0 erbt und einer die 1. Was nun bei dieser Vorgehensweise besonders auffällt ist, dass obwohl mehr Adressen benötigt werden als zuvor, dennoch mehr Adressraum übrig bleibt, denn obwohl 50 Adressen mehr vergeben werden, bleibt ein zusätzlicher Slash28 übrig. Schauen wir uns das Resultat als Blöcke im Originalpräfix an. Hier sieht man deutlich, wie das Variable-Length-Subnetmaß-Verfahren die Adressblöcke kompakt im Originalpräfix belegt. Am Ende verbleibt der nicht genutzte Adressraum für zukünftige Verwendungen. Die Vorteile des Verfahrens sind daher, dass unter Umständen größere Adressblöcke verwendet werden können im Vergleich zum Fixed-Length-Subnetmaß-Verfahren. Außerdem gibt es weniger Adressverschnitt hier, denn es werden Subnetze gebildet, die den minimalen Adressraum für eine Anforderung bereitstellen. Hier abgebildet ist ein möglicher Netzaufbau, der die gerade gebildeten Subnetze bereitstellt. Im Zentrum ist ein Router, der jeweils eine Netzwerkschnittstelle in den drei erzeugten Subnetzen hat. Das heißt, es wird auch jeweils eine Adresse aus jedem Subnetz für den Router benötigt. Wahrscheinlich wird dieser Router mindestens eine Schnittstelle mehr haben, um die Subnetze auch mit dem Internet zu verbinden. Die oben abgebildete Weiterleitungstabelle ist die des Routers. Für jedes Subnetz gibt es hier einen Eintrag. Im Video über die Weiterleitung hatten wir gesehen, dass die Tabelle den Next Hop beinhaltet. Hier wird die IP-Adresse des Routers hinterlegt, der als nächstes das Paket erhalten soll. Da dieser Router allerdings mit dem Zielsubnetz direkt verbunden ist, gibt es keinen weiteren Router und damit steht hier auch keine IP-Adresse. Dieser Umstand wird hier mit dem Wort Link angezeigt. Ebenfalls interessant ist die Weiterleitungstabelle eines Hosts. Hier sind in der Regel zwei wichtige Einträge vorhanden. Zum einen ein Eintrag für das lokale Subnetz, in dem sich der Host befindet. Auch hier gibt es natürlich keinen Next Hop. Der zweite Eintrag hier ist die Default-Route. Der Next Hop ist die IP-Adresse von der Routingschnittstelle 1. Wenn Sie sich an das Longest-Präfix-Match-Verfahren der Weiterleitung erinnern, dann fällt auf, dass für alle lokalen im Subnetz erreichbaren Ziele der erste Eintrag verwendet wird. Für alles andere der zweite. Wie sich die lokale Paketauslieferung von der über den Router unterscheidet, sehen wir, wenn es um die Sicherungsschicht geht. Zusammenfassend. Wir haben zwei Verfahren kennengelernt, um IP-Präfixe in kleinere Subnetze aufzuteilen. Zum einen das Fixed-Length-Subnet-Maß-Verfahren, das Subnetze gleicher Größe bildet, und zum anderen das Variable-Length-Subnet-Maß-Verfahren, das bedarfsgerecht Subnetze variabler Größe bildet. Letzteres ist zu bevorzugen, denn es kann den verfügbaren Adressraum wesentlich effizienter aufteilen. Um die gebildeten Subnetze miteinander zu verbinden, kommen Router zum Einsatz.